Der Mensch ist vielleicht nicht das größte Lebewesen auf der Erde, aber es gibt eine ganze Reihe von ihnen, die Giganten real erscheinen lassen. Der Durchschnittsmensch wächst selten über 6 Fuß hinaus und doch gibt es Männer und Frauen mit Rekordhöhen. Unter den Milliarden Menschen, die diesen Planeten bewohnen, ist es irgendwie unmöglich, nicht aufzufallen, wenn man über 8 Fuß groß ist und über fast jeden thront. Diese Art der Körpergröße hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, sodass die außergewöhnlich großen Menschen mit beidem zu kämpfen haben. Wir schauen uns 15 Riesen an, die heute existieren. Nummer 1 Sultan Kossin Kossin ist ein türkischer Bauer, der im Dezember 1982 in einem Dorf in der Türkei geboren wurde. Der Mann hält den Guinness Weltrekord als der größte lebende Mann der Welt. Sultan Kossin ist satte, 8 Fuß, 2 Ehe, 83 Zoll groß. Er ist kurdischer Abstammung und obwohl er über 8 Fuß groß ist, ist er der siebtgrößte Mann der Geschichte. Als Kind konnte Sultan sein Studium wegen seiner zunehmenden Körpergröße nicht abschließen, sodass er stattdessen als Bauer in Teilzeit arbeitete. Sein abnormes Wachstum war das Ergebnis eines medizinischen Zustandes, der als Gigantismus und Akromegali bekannt ist und durch einen Tumor verursacht wurde, der seine Hypophyse betraf. Wegen dieses Zustands benutzt Sultan Krygen um zu gehän. Seine Größe erlaubt ihm eine große Distanz zu sehen und er kann seiner Familie und seinen Freunden bei häuslichen Aufgaben wie dem Wechseln von Glühbirnen und dem Aufhängen von Vorhängen leicht helfen. Aber bei Profis gibt es auch Nachteile, wie zum Beispiel nicht in der Lage zu sein, angemessen große Kleidung zu finden, vor allem weil seine Gliedmaßen so lang sind. Er kämpft auch um Schuhe, die passen und seine Hände sind die längsten gemessen in einer lebenden Person mit 11,2 Zoll. Also ist es eine echte Herausforderung, Handschuhe für ihn zu finden. Es ist auch sehr offensichtlich, dass er Schwierigkeiten hat, in ein Auto mittlerer Größe zu passen. Cousin wurde wegen seines Tumors mit einem Gamma-Messer behandelt und erhielt 2012 auch Medikamente zur Kontrolle seines übermäßigen Wachstumshormonspiegels und es wurde bestätigt, dass die Behandlung sein Wachstum effektiv stoppte. Im Oktober 2013 heiratete er eine in Syrien geborene Frau namens Merve Dibo, die etwa 10 Jahre jünger ist als er, aber 2021 ließen sie sich scheiden. Nummer 2. Rumaysa Gelgi Rumaysa Gelgi wurde im Januar 1997 geboren und sie ist derzeit die größte lebende Frau der Welt. Sie ist eine türkische Anwältin, Forscherin und freiberufliche Frontend-Entwicklerin. Ihr ganzes Leben lang wurde sie zu Hause unterrichtet und 2014 als die größte lebende Teenagerin der Welt angekündigt. Sieben Jahre später, im Oktober 2021, wurde sie von den Guinness World Records als die größte Frau angekündigt. Die 25-Jährige hält auch eine Reihe anderer Aufzeichnungen, darunter die längsten Finger, die größten Hände und den längsten Rücken einer lebenden Frau. Sie ist 70 in Fuß groß. Gelgi lebt in der Türkei und ihre abnorme Körpergröße ist das Ergebnis einer Erkrankung namens Weaver-Syndrom. Dies ist eine seltene Krankheit, die unter anderem eine schnelle Produktion von Wachstumshormonen umfasst. Es betrifft Männer sogar dreimal mehr als Frauen. Als Kind musste sie sich schon im Alter von einem Jahr wegen angeborener Herzfehler einer Operation am offenen Herzen unterziehen. Rumaisa benutzt wegen ihres Zustands einen Rollstuhl, um sich zu bewegen. Aber sie kann mit Hilfe einer Gehhilfe kurze Zeiträume laufen. Sie braucht auch einen speziellen Sitz, um sich setzen zu können. Und laut ihr ist sie trotz der Herausforderungen, denen sie aufgrund ihrer Größe gegenüber steht, dankbar dafür, so zu sein, wie sie ist. Sie möchte ihren Titel auch dazu benutzen, das Bewusstsein für Krankheiten und Zustände wie ihre zu schärfen. Im November 2038 konnte Gelgi dank der Bemühungen von Turkish Airlines zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem Flugzeug fliegen. Am Ende entfernten sie sechs Sitzreihen aus einem ihrer Flugzeuge, um sicherzustellen, dass sie einen angenehmen Flug von Istanbul nach San Francisco hatte. Und sie ersetzten die Sitze mit einer speziellen Tragenur für sie. Nummer 3. Sana Bibi Sana Bibi stammt aus Pakistan und war mit einer gemeldeten Körpergröße von 7 Fuß und 2 Zoll die größte Frau in Pakistan. Sie wurde 2004 zur größten Frau im Guinness Buch der Rekorde ernannt und litt seit Jahren an Diabetes, Bluthochdruck und Osteoporose. Sie war wegen einer Nierenerkrankung in Behandlung. Als sie 2018 im Alter von 46 Jahren verstarb, laut ihren Verwandten begann ihre Körpergröße im Alter von 15 Jahren schnell zu steigen. Und als sie 20 Jahre alt war, war sie 7 Fuß 2 Zoll groß. Sie wurde erstmals bemerkt, als der beliebte Fernsehmoderator Tariq Aziz sie 1998 zu seiner neuen Show einlud. Nachdem sie von den Guinness Weltrekorden zur größten Frau erklärt wurde, wurde sie in eine Reihe von Ländern eingeladen und besuchte 15 von ihnen. Darunter Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Zana Bibi hatte in einem Interview mit einem privaten Nachrichtensender erwähnt, dass sie Schwierigkeiten habe, über die Runden zu kommen, weil sie krank sei. Sie blieb bis zu ihrem Tod ledig, da ihre Körpergröße und ihre Beschwerden eine Hürde in ihrem persönlichen Privatleben waren. Nummer 4 André der Riese André René Rousimov ist besser bekannt unter seinem Ringnamen André der Riese. Er war ein französischer professioneller Wrestler und berühmter Schauspieler. Für seine außergewöhnliche Größe, im Mai 1946 geboren, litt André unter Gigantismus, der durch eine übermäßige Produktion von Wachstumshormonen verursacht wurde. Er wurde von all seinen Fans auch das 8. Weltwunder genannt und begann seine Karriere 1966, bevor er 1978 nach Nordamerika zog. Ab 1973 kämpfte Rousimov Mitte der 80er Jahre um eine Beförderung in den gesamten Vereinigten Staaten als besondere Attraktion für die World Wide Wrestling Federation, die später als WWF bekannt wurde. Während des Wrestling-Booms der 1980er Jahre wurde er zum Hauptstützpunkt des Unternehmens. Seine Fäde mit Hulk Hogan würde auch dazu beitragen, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, besonders als er Hogan besiegte, um die WWF Championship 1988 zu gewinnen. Rousimov war satte, 233 Kilogramm groß, 2 Zentimeter groß. Seine WWF-Karriere endete nach WrestleMania 6 1990. Danach trat er bis zu seinem plötzlichen Tod 1990 vorwiegend für All Japan Pro Wrestling an. Er wurde nach seinem Tod der erste Einführer der Hall of Fame des WWF. Er versuchte auch sein Glück in der Schauspielerei und trat in verschiedenen Filmen und Fernsehserien auf, darunter The Princess Bride, Zorro, The Greatest American Hero und Conan the Destroyer. 1974 wurde er im Guinness Buch der Rekorde als der damals bestbezahlte Wrestler der Geschichte erwähnt, mit einem Jahresgehalt von etwa 400.000 Dollar. Er starb im Alter von 46 Jahren an Herzschwäche im Schlaf, in einem Hotel in Paris und hinterließ sein Anwesen seinem einzigen Nutznießer, seiner Tochter Robin Christensen. Nummer 5 Morteza Merzad wurde im September 1980 im Iran geboren. Er ist iranischer Volleyballspieler und spielt für die Volleyball-Nationalmannschaft von Meshach Babak. Mit einer Höhe von 1,1 Metern ist Morteza berühmt als der größte lebende Mann im Iran und der zweithöchste lebende Mann der Welt. Er leidet an einer seltenen Krankheit namens Acromegalie, die durch eine übermäßige Produktion von Wachstumshormon in der Hypophyse des Gehirns ausgelöst wird. Er war über 6 Fuß 2 Zoll groß, als er 16 war. Und als er 15 war, hatte er einen Fahrradunfall und erlitt eine schwere Beckenfraktur. Wegen dieses Unfalls würde sein rechtes Bein nicht mehr wachsen, also ist es jetzt etwa 15 cm kürzer als sein linkes. Der iranische Cheftrainer würde sein Talent 2011 erkennen, nachdem er eine Fernsehsendung mit ungewöhnlichen und unterschiedlich behinderten Menschen gesehen hatte, zu der auch Morteza gehörte. Er nahm sofort Kontakt zu ihm auf und überzeugte ihn, im Sitzenvolleyball zu spielen. Nach der Auswahl für die Nationalmannschaft und dem Training gab er schließlich 2016 sein internationales Debüt in der Paralympics-Qualifikation. Er wurde dann für die Nationalmannschaft ausgewählt und nahm schließlich am Sommervolleyball-Finale der Paralympics 2016 teil, bei dem er mit 28 Punkten für den Iran der Topscorer war. Morteza gewann die Goldmedaille bei den Sommerparalympics 2016 und dann wieder gewann er zwei Goldmedaillen und den goldenen Ball für den besten Spieler der Welt im Jahr 2022. Nummer 6 Yao Dufin Yao Dufin wurde 1972 in einer armen Bauernfamilie in Dainer geboren. Sie wurde im Guinness-Buch der Rekorde als größte lebende Frau anerkannt. Sie stand auf einer Höhe von 7 Fuß 8 Zoll und wogrund Hunde 57 Kilogramm. Yao ist als drittgrößte Frau der Geschichte verzeichnet, nur 5 Zoll kürzer als Xinjinlin, die größte Frau der Geschichte. Ihre außergewöhnliche Statur wurde durch Gigantismus verursacht, ein Zustand, bei dem ein Tumor in der Hypophyse übermäßiges Wachstumshormon verursacht. Im Alter von 15 Jahren war sie 41 mit 11 cm groß. Ähm, die Ärzte, die ihre Krankheit diagnostizierten, weigerten sich sie zu behandeln, da ihre Familie sich die Operation nicht leisten konnte. Äh, sie war Analphabetin, also reiste sie dann mit ihrem Vater umher, äh, um Geld zu spielen. Im Jahr 2002 wurde ihr Tumor schließlich in einem Krankenhaus in Guangdong entfernt. 2009 trat sie im Fernsehsender TLC auf und berichtend zufolge stürzte sie in ihrem Haus und erlitt innere Blutungen, erholte sich aber schließlich wieder. Sie verstarb im Alter von 40 Jahren aufgrund einer unbekannten Erkrankung im Jahr 2012. Zum Zeitpunkt ihres Todes lebte sie in einem Haus, das sie mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf teilte. Nummer 7 Igor Wovkawinski Igor Wovkawinski, auch bekannt als Igor Landon, war ein ukrainisch-amerikanischer Jurastudent und Schauspieler. Er wurde im September 1982 in der Ukraine geboren und sackte auch den Weltrekord für die größte lebende Person in den Vereinigten Staten mit 7 Fuß Urtentrat Tresol groß. Er stammt ursprünglich aus der Ukraine und sorgt nun und ordnant nach Rochester, Minnesota, um sich in der Mayo Clinic behandeln zu lassen. Damals war er mindestens 6 Fuß groß. Er spielte auch in einigen Filmen und Werbespots mit, wie zum Beispiel in der Comedy Hall Pass, die zu Ruhm aufstieg, als Bilder von ihm in einem T-Shirt mit der Aufschrift World's Biggest Obama Supporter bei einer Barack Obama Kundgebung viral gingen. Er war der erste Mensch, der die größte lebende Person in zwei verschiedenen Ländern wurde und auch Sängerin Zlata Ognewitsch vertrat die Ukraine beim Eurovision Song Contest 2013. Als er 27 Jahre alt war, reiste er nach New York und wurde von einem Gutachter der Guinness-Weltrekorde in der Show zum größten lebenden Menschen Amerikas erklärt. Seine abnorme Größe wurde einem Tumor zugeschrieben, der auf seine Hypophyse drückt, was eine erhöhte Menge an Wachstumshormonen verursacht. Igor würde verkünden, dass er sich 2019 einer Behandlung wegen einer Herzerkrankung unterziehe und dann 2021 verstorben sei, nachdem er mit 38 Jahren wegen einer Herzerkrankung im Krankenhaus geblieben sei. Nummer 8 Robert Waldau war der größte Mensch in der Geschichte, für den es unbestreitbare Beweise gibt. Alton the Giant und der Riese von Illinois wurde 1918 in Alton, Illinois geboren. Waldau war kolossal, 8 Fuß, 11,1 Zoll groß, zum Zeitpunkt seines Todes etwa 199 Kilogramm schwer. Als ältestes von fünf Geschwistern war Robert im Alter von acht Jahren größer als sein Vater. In der Grundschule musste für ihn ein spezieller Schreibtisch gebaut werden und er war zum Zeitpunkt seines Abschlusses am Gymnasium 8 Fuß, 4 Zoll groß. Danach schrieb er sich am Shirtleff College ein, um Jura zu studieren. Waldau benötigte Beinspangen, um gehen zu können und hatte nicht viel Gefühl in seinen Beinen und Füßen. Trotzdem benutzte er nie einen Rollstuhl. Er wurde 1936 berühmt, als er eine US-Tour mit dem Ringling Brother Circus machte und im Madison Square Garden und Boston Garden im mittleren Ring auftrat. Robert lehnte es ab, für seine Zirkusauftritte einen Zylinder und Frack zu tragen. Er unternahm auch eine Werbetour mit der International Show Company, die ihm Schuhe kostenlos zur Verfügung stellte. Er wollte als jemand bekannt sein, der in der Werbung arbeitet und nicht als Freak ausgestellt werden. Waldau gehörte dem damaligen Orden an, der freimaurerischen Organisation für junge Männer und wurde später auch Freimaurer. Während eines professionellen Auftritts im Juli 1940 beim Manistee National Forest Festival reizte eine fehlerhafte Spange seinen Knöchel und verursachte eine Infektion. Er musste sich dann einer Bluttransfusion und einer Operation unterziehen, aber aufgrund einer Autoimmunerkrankung verschlechterte sich sein Zustand und er starb im Schlaf. Sogar sein Sarg war gewaltig mit über zehn Fuß und er musste von zwölf Sargträgern und acht Assistenten getragen werden. 1986 wurde eine lebensgroße Statue von Robert neben dem Alton Museum of History and Art als Hommage an ihn errichtet. Nummer 9, Neil Fingleton Neil Fingleton wurde im Dezember 1980 in Durham geboren und war ein englischer Schauspieler und Basketballspieler. Fingleton war mit sieben Fuß 7,50 Zoll der größte Mann in Großbritannien und auch der größte Mann in der Europäischen Union. Er gilt als einer der 25 größten Männer der Welt. Sein Titel als größter Mann wurde im Sommer 2007 von Guinness World Records bestätigt. Nachdem er im Alter von 16 Jahren ein Basketballcamp in Connecticut besucht hatte, entschied sich Fingleton, die High School in den Vereinigten Staaten zu besuchen. Er zog nach Worcester, Massachusetts und begann die Holy Name Central Catholic High School zu besuchen, wo er im Jahr 2000 seinen Abschluss machte. Er half der Basketballmannschaft von Holy Name zum Titel der Central Massachusetts Division und einem Liegeplatz im Endspiel von Massachusetts 1999. Fingleton erhielt ein Basketballstipendium in den Vereinigten Staaten und spielte zunächst an der University of North Carolina at Chapel Hill, später am College of the Holy Cross in Worcester. Im August 2000 unterzog er sich einer Rückenoperation und erhielt ein medizinisches Rothemd aus North Carolina. Er schloss das College 2004 mit einem Abschluss in Geschichte ab und sein professionelles Debüt war in der Saison 2004-05 mit dem Boston Francie der RBA. Danach spielte er bis 2007, als ihn eine Verletzung zwang, in den Ruhestand zu gehen. Danach kehrte er nach Durham zurück, um eine Karriere im Showbusiness zu machen. Er trat in einer Reihe von erfolgreichen Fernsehsendungen und Filmen auf, darunter Game of Thrones, Doctor Who, Jupiter Ascending und X-Men The First Class. Fingleton verstarb dann im Februar 2017 im Alter von 36 Jahren an Herzversagen. Nummer 10 Sun Mingming Sun Mingming ist ein ehemaliger professioneller Basketballspieler aus China. Er hält den Rekord als größter Basketballprofi der Welt. Gemessen an den Guinness-Weltrekorden beträgt seine Größe 7 Fuß 9 Zoll und er wiegt rund 168 Kilogramm. Geboren in einer kleinen Stadt in China, begann Mingming mit 15 Jahren Basketball zu spielen. Er besuchte das Ventura College in Kalifornien und spielte dort in der Saison 2005-2006 Basketball. Anschließend spielte er professionell Basketball. Bei Sun wurde ein gutartiger Tumor diagnostiziert, der 2005 an seiner Hypophyse befestigt wurde. Da er keine Krankenversicherung hatte oder nicht das Geld hatte, um seine Arztrechnungen zu bezahlen, initiierte sein Sportagent eine Spendenaktion, um das Geld für seine Operation abzuholen. Der Tumor sollte im September 2005 erfolgreich entfernt werden. Sun spielte für zahlreiche US-amerikanische Minor-League-Teams wie die Dodge City Legends, die Maryland Nighthawks und den Grand Rapids Flight. Aber er spielte auch in der mexikanischen Liga mit Fürsareges und in Japan mit Hamamatsu Phonix. 2009 kehrte er nach China zurück und spielte für die Baying Dukes in der Chinese Basketball Association. Ming Ming trat auch in einigen Fernsehsendungen und Filmen wie Rush Hour 3 und einer chinesischen Show namens Candle in the Tomb auf. Er wäre mit einer Frau verheiratet, die 6 Fuß 3 Zoll groß ist und zusammen sind sie als das größte lebende Ehepaar von den Guinness Weltrekorden mit einer kombinierten Höhe von 13 Fuß 10,70 Zoll anerkannt. Nummer 11. Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal wird oft als Shaq bezeichnet. Er ist ein ehemaliger amerikanischer Basketballspieler, derzeit Sportanalyst in der Fernsehsendung Inside the NBA. Shaq gilt als einer der besten Basketballspieler und Zentren aller Zeiten. Er ist 7 Fuß 1 Zoll groß und wiegt rund 147 Kilo. Er ist 4-facher NBA Champion und spielte in seiner 19-jährigen Karriere in der NBA für 6 Teams. O'Neal wurde 1973 in Newark, New Jersey geboren und sein Vater Joe Tony spielte auch Basketball an einer Highschool. Aber aufgrund seiner Drogenabhängigkeit ging er ins Gefängnis, als O'Neal noch ein Kleinkind war. Shaq stammt aus einer großen Familie. Sein Vater war 6-2 in und seine Mutter war 6-1 in und als O'Neal 13 war, war er bereits 6-6 in. Er schrieb dem Boys & Girls Club of America in Newark zu, dass er ihm einen sicheren Platz zum Spielen geboten habe. Mit 16 Jahren begann er an der Robert G. Cole Highschool Basketball zu spielen und verhalf seinem Team zum Gewinnen der Staatsmeisterschaft. Seine Neigung zu Hakenaufnahmen brachte ihm Vergleiche mit dem legendären Karim Abdul-Jabbar ein. O'Neal trug die gleiche Nummer wie Jabbar und seine Karriere begann 1993, als er 1992 zum Orlando Magic Draft ausgewählt wurde. Nach zwei Jahrzehnten von Höhen und Tiefen und Verletzungen gab Shaq schließlich im Juni 2011 seinen Rückzug bekannt. Er war auch in einer Reihe von Filmen und Fernsehsendungen wie Off to School, Shaq Live und Grown Ups 2 zu sehen. Nummer 12, Ekaterina Lysina. Ekaterina Lysina ist ein russisches Model und ehemalige Basketballspielerin. Sie hält derzeit einen Guinness-Weltrekord als das größte professionelle Model mit einer Höhe von 6 Fuß 9 Zoll. Dies ist jedoch nicht ihr einziger Weltrekord. Sie trägt auch den Titel der Frau mit den längsten Beinen bei Furft for In. Beide Platten sind 2018 in den Guinness-Weltrekorden vermerkt. Offiziell anerkannt wurde sie auch für ihre größten Füße unter Frauen in Russland. Als professioneller Basketballspieler trat Ekaterina bei den Olympischen Sommerspielen 2008 für die russische Nationalmannschaft an und gewann die Bronze-Medaille. Äh, die 35-jährige wurde in Russland geboren und wiegt rund 110 Kilogramm. Neben den Modellen arbeitet sie auch als Cosplayerin und hat Lady Dimitrushka, die Antagonistin in Resident Evil Village, dargestellt. Sie ist auch eine Berühmtheit in den sozialen Medien und im November 2022 folgten ihr mehr als 10 Millionen Follower. Sie hat mehr als 117 Millionen Likes in ihren sozialen Kontakten gesammelt. Sie ist jetzt eine Anhängerin des Hinduismus und ist nach der Konvertierung vegetarisch geworden. Ihre ungewöhnliche Statur kann auf Familiengenetik zurückgeführt werden, da keine einzige Person in ihrer Familie unter 6 Fuß ist. Nummer 13 Sandy Allen Sandy Elaine Allen war eine Amerikanerin, die von den Guinness-Weltrekorden als die größte Frau der Welt anerkannt wurde. Sie wurde im Juni 1955 in Chicago geboren und war 77 in Groß. Allen schrieb ein Buch mit dem Titel Cast a Giant Shadow und über die Jahre haben andere Frauen den Titel der größten Frau angenommen. Aber Allen allein hielt es für die letzten 16 Jahre ihres Lebens. Ihre abnorme Größe würde durch einen Tumor in ihrer Hypophyse verursacht, der zu einer unkontrollierten Freisetzung von Wachstumshormonen führte. Sandy wuchs in Shelbyville, Indiana auf und wurde von ihrer Großmutter aufgezogen, die als Putzfrau arbeitete. Als sie 22 Jahre alt war, wurde sie operiert, um den Tumor zu entfernen und wenn sie ihn nicht reseziert hatte, könnte Allen weiter gewachsen sein und an anderen medizinischen Problemen leiden, die mit Gigantismus verbunden sind. Sandy trat auch in Fernsehsendungen und Filmen auf, darunter Fellinis Casanova, Sideshow und ein Dokumentarfilm namens Being Different. Sie heiratete nie, da sie sich selbst als altmodisches Mädchen betrachtete und nicht bereit war, mit einem Mann auszugehen, der kleiner war als sie. In den späteren Jahren ihres Lebens benutzte Allen einen Rollstuhl, da ihre Beine und der Rücken ihr Gewicht im Stehen nicht mehr halten konnten. Sie war auch einmal bettlägerig aufgrund einer Krankheit, die zu einer Atrophie ihrer Muskeln führte. Sandy verbrachte ihre letzten Lebensjahre in einem Seniorenzentrum in Shelbyville, bis sie im August 2008 verstarb. Nach Angaben ihrer Familie litt sie an einer wiederkehrenden Blutvergiftung, Typ 2 Diabetes, Atemproblemen und Nierenversagen. Nummer 14. Oliver Richter Oliver Richter ist ein niederländischer Bodybuilder, Schauspieler, Model und Gründer und CEO von Muscle Meat. Richter ist berühmt für seine außergewöhnliche Statur und Körperlichkeit. Er ist 7 Fuß 2 Zoll groß und war auch das Covermodell der niederländischen Ausgabe von Men's Health vom November 2018. Richter wurde in einer Dokumentation des gleichen Magazins vorgestellt und aufgrund seiner Größe hält er eine tägliche Kalorienzufuhr von 5000 für Dreharbeiten und zwischen 6500 und 7000 Kalorien für alle anderen Aufgaben während eines 24 Stunden Zeitraums aufrecht. Er nimmt sieben Mahlzeiten am Tag ein, zusammen mit einem Hafershake, der aus ultrafeinen Pasteten besteht, die mit einer Molkenschaufel vermischt sind. Richter wurde mit einer Krankheit geboren, die als Pectus Excavatum bezeichnet wird und dazu führte, dass seine Knochen so wuchsen, dass sie den Herzmuskel drückten. Sein Herz war 20% kleiner, als es hätte sein sollen, also unterzog er sich einer Prozedur, bei der er sich die Rippen brechen musste, um Longe und Herz wachsen zu lassen. Er spielte in mehreren Filmen mit, darunter Black Widow, The King's Man und Louis Wayne. Er spielt in Indiana Jones und The Dial of Destiny im Jahr 2023. Richter hält den Rekord für den höchsten professionellen Bodybuilder seit 2011. Nummer 15. Sadika Parven Sadika Parven ist eine Inderin, die derzeit als die größte lebende Frau in den Guinness-Weltrekorden gelistet ist. Sie ist auch die größte indische Frau in der Geschichtsschreibung und Parven ist 7 Fuß 8 Zoll groß. Sie wurde 1986 in West-Bengalen, Indien geboren und wurde erstmals berühmt, als India TV News berichtete, dass sie 2013 8 Fuß groß war. Sie wog satte 160 Kilogramm. Im Dezember 2012 wurde Parven liegend von Dr. De Bassi Shahar gemessen, der sie als 7 Fuß 3,5 Zoll fand, aber ihre aufrechte Höhe wurde auf 7 Fuß 8 Zoll geschätzt. Sadika leidet an Gigantismus, der durch einen riesigen invasiven Tumor in der Hypophyse verursacht wird und aufgrund ihrer Größe und der damit verbundenen medizinischen Bedingungen war sie fast 15 Jahre lang an das Haus gefesselt und hilflos, bis sie schließlich im Premier-Hospital operiert wurde. Laut Ärzten war dies der erste von mehreren Schritten auf ihrem Weg zur vollständigen Genesung. Neben dem Tumor hatte sie auch eine Wirbelsäulenfraktur, die sie daran hinderte, richtig zu gehen. Ihre Ärzte glauben, dass, wenn ihr Zustand 10 Jahre zuvor diagnostiziert worden wäre, sie heute vollkommen in Form wäre.